Hallo meine Lieben, wir sind jetzt wieder bei Mirror's Edge Catalyst und diesmal spielen wir den Gefangenen X und zwischendurch wird dann auch ein anderer Abschnitt sein, aber dazu später mehr. Auf einen VTOL. Mal sehen, was denn das ist. Ob es ein Zug oder eine Drohne oder so. Der VTOL müsste jetzt jede Sekunde eintreffen. Halt dich bereit, Trace. Er ist da. Du musst ihn erreichen, bevor er wieder abhaut. Fahrst voll wie ihn und nutze dann das Mac, sobald er in den Schwebeflug ihn umstande hält. Auf dem Helikopter. Verdammt. Diese Idioten fliegen zu den falschen Koordinaten. Hinterher fällt. Ja, also die Swimmingpools sind nicht so unterrichtiv. Lauma? Ja, und? Nee, noch nicht. Na ja, die Bombe auf den Bauch. Ja, da hätten wir noch was glauben können, aber na ja. Lachen wir mal vorwärts. Und das war alles! Und was sagt Henry zu der ganzen Sache? Ich kann ihn schon seit 2 Tagen nicht mehr erreichen. Wenn Dogon beteiligt ist, wirst du vermutlich nie wieder mit ihm sprechen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab Angst! Ja, zu Recht! Ich rede mit ein paar Leuten aus dem Vorstand, aber ich kann nichts versprechen. Mein Einfluss ist nicht mehr so groß. Und deine jüngsten FK-Fragen waren auch nicht kalt. Wie frei? Na endlich. Dieser dämliche Pilot kann also doch Navigationsdaten lesen. Ich habe ihn dazu gebracht, anzuhalten. Bis jetzt das Mac also vor allem... Was war ich? Plastik, ich fühle mich ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Keine Sorge. Ihr Störfeld schirmt dich ab. Also, Helikopter surfen. Aber was, wenn mich jemand sieht? Du weißt schon, mit deinen Augen. Oh, naja, das passiert schon nicht. Also statt einer U-Bahn ein Helikopter hängen. Okay, wo steig ich ab? Am Landeplatz natürlich. Anschließend folgst du den Wartungstunneln bis zum Big Dog. Da findest du dann ihre Server-Stacks. Hm. Faith, der VTOL wird in die Projekte umgeleitet. Du musst absteigen. Bitte, ich kann doch hier nicht einfach loslassen. Natürlich nicht. Dadurch würdest du dich umbringen und das wäre ziemlich bescheuert. Ich meinte, du solltest absteigen, so weit dir das Gebäude überfließt. Faith, lass jetzt los! Okay, ich bin jetzt auf dem Pub. Und ich habe mir nicht mal was gebrochen. Äh. Glaube ich. Die Sache tut mir leid. Meine Überbrückung hat nicht funktioniert. Du musst jetzt rüber zum Big Dog. Ui, oi, 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 oi. Ja. So. Um auf die gefangenen Daten zuzugreifen, musst du im Big Dog eine Verbindung zum Hauptserver-Stack herstellen. Du kannst die Aufzugsschächte nutzen, um nach unten zu kommen. Ja, siehst du. Uh-huh. Oh. Also hier in der Jump and Run-Party. Wo hin jetzt? Hm. Ah. Nochmals runter. ja ich würde sagen ich denke ich gehe auf die andere seite da mal rüber und von da aus glaube ich geht es da lang und rüber aber die auditiven effekte sind dennoch stark genug um weitere forschungen zu rechtfertigen meinen sie nicht auf jeden fall es wäre ausgesprochen hilfreich wenn wir uns nicht ausschließlich auf visuelle reise verlassen müssten ich werde gleich morgen ich bin hier drückt wie weiter ja mal die wände hoch hier ja ja das sieht gut aus der ganze stress zahlt sich aus du bist die erste die jemals in die docks einbricht das macht dich zu einer legende als du überlebst mädchen schlafen endlich kennt man die letzte geschichte fünfmal hast du rebecca gesprochen ja sie war ziemlich sauer auf noah weißt du dir das nicht hin worum ging es diesmal er sorgt sich wegen der kundgebung ein freund von ihm bei kugasek hat ihm wohl erzählt dass sie ein massives aufgeburt schicken werden auf und der lift was ist eigentlich mit deiner familie sie ist in den greylands warum wie kommt es dass du nicht bei ihr bist ich ertrag meine schwester nicht sie ist eine idiotin hast du eine schwester nein nicht mehr sobald du an den lüftern vorbei bist hast du den hauptförderstack erreicht er ist das herbststück von kruger second glass ich wünschte ich könnte ihn mit eigenen augen sehen ich wünschte ich könnte ihn mit eigenen augen sehen ups ja durch den verkokelten ventilator und ja jetzt steht da hui 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 uuuuuh uuuuuh boah peinlich wäre ich durch den mixer gefallen oh das ist ein nährgarten ja ah aha wir leben noch dieser server stack ist das reinste labyrinth naja er wurde ja auch nicht für menschen konzipiert sondern für maschinen es geht um reine funktionalität ich wette er ist wunderschön du solltest außerdem wissen dass man uns bemerken wird sobald du mich anklinkst ich kann die sicherheitssysteme zwar ein bisschen verlangsamen aber es ist leider unmöglich vollkommen unentdeckt zu bleiben ich würde dich ja bitten mir den raum zu beschreiben aber ich schätze du bist zu beschäftigt bist du beschäftigt nein tut mir leid vergiss dass ich gefragt habe so still wie du bist bist du offenbar sehr beschäftigt Kuma lässt dich übrigens grüßen er scheint dich zu mögen und das obwohl er eigentlich niemanden mag irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus aber ich kann den Fehler einfach nicht finden oh die labert und nicht okay ich bin da ich stelle jetzt eine verbindung zu einem der prioritätsswitches her und die verbindung steht ich stürze mich rein es kann übrigens sein dass du gleich ziemlich schnell abhauen musst also sei bereit bin ich immer okay ich habe jetzt zugang wow einmal sehen gefangenen Daten da sind sie ja ich hab sie und wir wurden bemerkt verschwinde von da Moment eine Sache noch schnapp dir alles was du über Isabel Kruger findest ich bin nach da ist sie erledigt und jetzt hau ab ich beginne mit der Entschlüsselung ich konnte den Alarm verzögern aber er wird in ein paar Minuten losgehen ja das sieht nach einer Abkürzung aus hier Mitarbeiter Shuttle erzählt von der Lobby aus auch psch ja 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 oh oi aha ich wurde kontaminiert oder entkontaminiert hm ja hoppala ja durch die Besenkammer durch und jo runter da und Prügel ja daneben ja es ist soweit wir sind in höchster Alarmbereitschaft ich hoffe du schaffst es oh 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 also das heisst solange Prügel ui solange Prügel bis der nächste zukommt au 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 ai 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 da sind gleich ein paar da da aaaa 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 so mal überlisten so und ja 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 frisst das frisst das frisst das ouch und wiedersehen so und noch einer oh sentinel ouch aaaa aaaa der schönste kommt zum schloss so so also oh noch mehr von denen oh wie lange brauche ich noch ah der Zug der Zug aic aic und weg 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 hier weg hier oh Schwein gehabt Schwein gehabt hey weiter vorne ist ein wartungszugang ich bremse den Zug ab dann kannst du absteigen steht in den akten auch was über noah und ob er wurde verlegt nach kingdom wo das ist steht ja aber nicht ich weiß vielleicht wie ich es rausfinde okay ich überprüfe dann mal diese kroger danke plastik ich melde mich so jetzt ist ein weißer birtschilm ah ok also das gibt mal 750 ep jetzt gehen wir gleich mit dein reich komme geh mir aus den augen bevor ich hackfleisch aus dir mache faith faith ich bin leicht gereizt hast du jetzt die pläne nein und ich brauche hilfe und ein neues heim hörte ich findest du es nicht auch seltsam dass ich immer nur gebe ohne etwas dafür zu bekommen bitte ich suche eine einrichtung namens kingdom Noah wird dort festgehalten gegen dem das schmutzige geheimnis des konglomerats wissen sie wo es ist ich laufe für sie fünf jahre egal welche jobs zehn jahre 20 so lange lebst du nicht geh in die projects und dann unter die erde dort findest du kingdom danke oh der kann so nett sein so und jetzt der nächste teil von dein reich komme sie ist weg sie haben sie vor ein paar minuten zur röhre gebracht wo hast du gesteckt wir müssen dir helfen zur Info unterdessen hat sie erfahren dass Isabelle eigentlich ihre Schwester ist stopp nicht zu spät ich werde Kruger eine Botschaft schicken dann müssen sie mich auch erschießen überleg dir genau und zwar ganz genau was du als nächstes sagst sie ist nicht Krugers Tochter sie ist Catelyn Connors meine Schwester ich glaube du weißt das genau Catelyn Connors ich weiß nur dass mich die Luft hier unten sowieso umbringt also bringt es doch einfach zu Ende bitte Rebecca Noah wird an einem Ort namens Kingdom festgehalten ich muss ihn befreien können sie sie nicht vielleicht so lange irgendwo oben unterbringen dieser Kampf hat uns allen ziemlich große Opfer abverlangt Faith sie kriegen was sie wollen ich gebe es ihnen du hast bis morgen Zeit enttäusch mich ja nicht klar ich habe einen unterirdischen Zugang für dich gefunden den Wegpunkt habe ich dir geschickt Kuma sagt du sollst da unten vorsichtig sein ey dieses Kriseum klingt nach einem üblen Ort aha Faith wenn du dich auf die Suche nach Noah machst begleite ich dich ich warte an der Schutztür auf dich ja ist ja nicht weit du solltest dich drauf einstellen dass es zu Kommunikationsproblemen kommt wenn du in den Tunnel kommst die Beatabdeckung wird so tief unten extrem begrenzt sein ich frage mich wen das Konglomerat außer Noah noch da unten festhält in den letzten Jahren sind eine Menge Leute verschwunden ich bin bereit gehen wir Ikarus ich weiß dass dir Noah wichtig ist aber ich bin besser wenn ich meine Runs allein durchziehe außerdem brauche ich jemanden der hier bleibt und auf meine Schwester aufpasst bitte kannst du das für mich tun Isabel Kruger ist deine Schwester ja ja ist sie bitte Ikarus ich traue Rebecca nicht ne ja 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 mach ich mach ich ja in Ordnung ja ja so Plastik hier ist eine riesige Schutztür im Sieg oh warte kurz Tada wow du bist wirklich hier kannst du nicht weg komm ah ja so und da oh ja und jetzt drüber die verbrauchen hier unten jede Menge Strom kannst zu schweigen von den Datenströmen die Frequenz muss er in den den neuen Sicherheitsposten da muss irgendeine Verbindung bestehen das geht nicht scheiße ah jetzt kommt er die Reflexion Panel nochmal genauer angesehen einige der zugrunde liegenden Algorithmen sind älter als ich und wir sind wunderschön oi 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 ja nochmal ne Rutschpartie hab ich doch gesagt und ja oi 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 durch das Loch in der Irre also wenigstens rauscht der Untertitel nicht und oi oi joppa oi 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 so hier sieht es mal stabiler aus ähm ähm wer ist da? ja die Laboranten Laborratten Ratten, Anden. So, da unten haben ein paar, die Prügel wollen. Reicht das? Ja, das reicht. Wiedersehen. Das finde ich geil. Die Sidepicks sind immer über das Geländer. Ach du Scheiße. So, schöner Wallrun und drüben sind wir. Dogen, Privat. Exakt so aus wie sie gesuchte Runner sind. Oh. Sie haben mich verrascht, Dogen. Äh, ja? Ihr Freund, Henry, bei derselben Meinung. Haben Sie kürzlich mal mit ihm gesprochen? Hoppala. Oh, da geht's nicht durch. Hm. Ja, versuchen wir mal, ähm... Hm, ah, oh, okay. Ah, ja, darüber mal. Ah, klappt doch. Ja, da hoch hing ich. Ja, da auf die Plattform, denke ich mal. Ja. Versuchen wir mal. Ja, na, kann sie nicht haben denn da? Faith. Faith Corners, ich kann es nicht fassen. Sie, ich kenne sie doch. Mein Name ist Amin Mera. Ich habe am Reflection-Projekt geforscht. Aber ich hatte zu viele Fragen und als du die Pläne gestohlen hast, wurde ich zu Krogers Sündenbock gemacht. Ich kapier's nicht. Reflection ist doch nur eine neue Art von Gridlink. Warum ist es nur für alle so wichtig? Weil, sobald es injiziert wird, wird das Kongrelmarat nicht nur jeden deiner Schritte verfolgen. Sie, sie beeinflussen auch deine Gefühle. Es bedeutet, das Ende des freien Willens. Kruger arbeitet schon seit 20 Jahren dran. Seit deiner Mutter die Neural-Interface als Krogers entwickelt. Faith, du musst mich hier rausholen. Da drüben ist eine Notfallentriegelung. Halt, was war das mit meiner Mutter? Erika? Wir waren vor lange Zeit Kolleginnen. Ihre Forschung hat Reflection eigentlich erst möglich gemacht. Warum bist du hier? Ich suche einen Runner. Sein Name ist Noah. Ja, ja, er wurde vor etwa einer Stunde abgeholt. Zu einem Verhör nehme ich an. Weg dich. Halt zu. Ich und ein paar andere planen einen Ausbruch. Würdest du uns dabei helfen? Natürlich. Diese Notfallentriegelung, oder? Wo? Wir haben keine Zeit. Such nach dem Terminal für die Notfallentriegelung. Ja, suchen und gefunden, denke ich mal. Ja, und jetzt aufhauen, oder? Ja. Und auf, auf, auf. So, machen wir die Mappler da unten. Oh, ho, ho, ho. Das war ein Tritt, was. Ähm. Ah. Da unten irgendwo hin. Auf. Also, da ist das Dingsbums. Auf geht's. Hm. Ne, da ist zu. Die Doktor hoch? Ach so. Hm. Sagt dir direkt nur 258 was? Outsch. Ach so. So, da war ein schönes Kitz für dich. Ja. Aha. Ich geh mal ab. Ja. Oh. Oh, shit. Ich geh mal ab. Ja. 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 Ja f*** ist das! Auch! So! Wo ist sie? Sag es mir. Ich stehe in Frust. Glauben Sie mir. Faith, Faith steigen Sie nicht. Tomnie bis Sie ja. Wo sind die Pläne? Und darum können Sie mich auch malen. Er spricht nicht auf die Impulse an. Nun, er ist sich grundlegend bewusst, dass es nicht seine Gefühle sind. Wäre er ja ein normaler Mitarbeiter? Dann ist er uns nicht mehr von Nutzen. Leiten Sie die Terminierung ein. Wir zerstören die Einrichtung. Ähm, Sir. Tun Sie es. Nein! Geh vorhin raus, Schatz! Faith. Komm schon. Ich bring dich hier raus. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Tu mir das nicht an. Ich bin hier. Ich bin hier. Die Animation, hallo? Ja, nicht ausgebildet im CPR. Ja. 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 Ja, das ist tragisch. Faith? Er ist tot. Das ist Krugers Werk. Ja, dasselbe kann er jedem antun, dem Reflection injiziert wurde. Auch die und mir. Ausser wir halten ihn auf. Wir brechen zur Black-November-Basis auf. Komm mit uns. Na los. Geht. Nein, nein, du kommst mit. Ich halte sie auf. So, jetzt bekommt ihr eins auf den Deggel, Jungs. So, wer will zuerst? Yeah. Ja, solche Tricks werden immer ein bisschen gut. Da schießt noch einer hin. Ja, wurscht. So. Ja, haben wir den Pfeil noch? Oder war ich doch schon? Also, ich denke mal, hier. Ja. Ja. Ein saftiger Tritt. Und das war's. So, dann gehen wir mal... Oh, hoch. Nee, dann gehen wir mal wieder hoch. Oh, je, 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 je. Oh, je, je, je. Ja, irgendwo Deckung, ne? Ja. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Och, dir geht's gut. Das ist fantastisch. Was ist mit Noah? Er hat es nicht geschafft. Oh. Mehrere Kruger-Sect-Teams rücken in die Tunnel oberhalb von Kingdom 4-Face. Nur damit du es weißt. Das gibt die Räger. Ouch. Sie ist das, Control. Kein Zweifel. Ach, okay. Ah, und der schießt noch durch den Boden. Ja, schnell, schnell, schnell. Ei, ei, ei. So. Der feuert da. Ach, so ein... Ja, Selbstschussanlage haben wir doch mal ab hier. Ui, yeah. So, dein Reich komme. Feierabend. So. Also, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Also, wenn es euch gefallen hat,itated.